Hallo und herzlich Willkommen bei Virtue Shoes und einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Wer sich fragt, auf was ich hier sitze, ich weiß es selber noch nicht, jetzt zeige ich euch noch ein Intro. Ne, ich bin ja hier auf der Insel Mykonos angekommen, war eben noch da oben, da haben wir feiern gemacht, runtergesprungen, wollte zum Händler reiten und da habe ich das Pferd gesehen. Beim Händler hier, beim Waffenschmiedhändler, der hatte das Ding im Petto für nicht mal teuer Geld. Da ist es, das Einhorn. Ich weiß nicht, gibt es den noch? Ich weiß gar nicht, wie teuer der war. Hier unten war es jedenfalls, auf jeden Fall. Ist nicht mehr da, gibt es nur einmal. Alter, das ist richtig krank. Guck dir das mal am Fußboden an. Richtig lustig. So, so viel am Rande dazu. Ich weiß nicht, wieso der das Einhorn hier hatte. So, komm, wir machen jetzt mal hier, wir reiten mal da hin. Richtig cool, richtig lustig. Ich habe mal ein Horn. Ein Horn, ein Horn, ein Horn, ein Horn, ein Horn. Also, hier gibt es das. Ja, hier gibt es Probleme auf Mykonos. Paradies. Ja. 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 Der grausame Herrscher von Delos stiehlt das Geld aus unseren Taschen und das Essen aus unseren Mündern. Und all das für seine uner-, unersetzt... Unersättliche. Ja, seine unersättliche Macht ihr. Odakas gehört zu Ihnen, Barnabas. Zu denen, die meine Familie verfolgen. Lies weiter. Wir sind eine kleine, schlagkräftige Rebellengruppe, die dich gut bezahlt, wenn du uns hilfst, unseren Unterdrücker zu stürzen. Ich bete, dass der Wind dich schnell zu unserer Küste führt, Seltenheit. Unser Volk leidet. Unterzeichnet mit Kyra. Ja, ich bin... Wegen... Die Menschen leiden. Wir sind wegen dem Auftrag hier. Kümmern wir uns darum. Ich sollte gehen. Es gibt viel... Wie könnten wir auf nur einen Moment diesen herrlichen Strand... Steht da, wo diese Kyra ist? Zwei Orte sind markiert. Ein Lager an der Nordwestküste und ein Versteck, das aussieht, als wäre es unterhalb der Stadt. Ich sollte diese... Ich halte das Schiff... Das war Käferlenia. Und es... Schere, Barnabas. Okidoki. Hier gibt's jetzt quasi zwei Möglichkeiten. Ja, mal gucken. Die Inquest, Wolf. Wird denn hier was angezeigt? Ne. Jetzt muss ich das Ding hier unterhalb der Stadt finden oder wie. Ich hab da aber nie Idee. Ja, da gibt's ja diesen tollen... Fluss. Der hier durchführt... Und da reingeht. Aber scheint nicht danach auszusehen, als ob das hier wirklich reingeht. Ah, toll. Die ist natürlich auch nix. Hätte hier klappen können. Hätte hier klappen können. Ok, reiten wir mal die Küste lang. Los. Lass. 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 Mal gucken, ob wir da rumkommen. Das Haus des Anführers. Lass. 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 das Lager am Strand hier mit unserem Pony das da eventuell also auf jeden Fall nix ja mittlerweile kann man so etwas sehen ein normales Lager, Wölfe aber das da sieht gut aus das Ziel ist in der Nähe wollen wir mal da fightet auch irgendwer einfach rein ins Getümmel so ja 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 ne ne dich wies noch gar nicht angreifen Sorry, Junge Was tut denn hier, wenn es fertig ist? Du machst das schon, sehr gut Sorry Was geht ab? Nein, nur ebenso tödlich Naja, du kämpfst und redest wie eine Wie nennt man dich? Kassandra Ah, Kyra sprach von dir Man nennt mich Taletas Ich war der Polemarch der Spartaner hier Was? Unser Schiff sank Die Feldherren sind tot Ja, was willst du von hier? Äh, klar Sie ist gerissen Sparta erhielt dieselbe Nachricht Ich helfe Kyra, die in Aber vergiss nicht, wer dir half diesen Strand zurück Du gefällst mir Guti Nix zu holen hier, ne? Aber immerhin Anzeichen dafür Wo wir hier sind Irgendwas, was gerade so in der Nähe ist Was wir mitnehmen könnten So ein Wolfslager, ne? So, ja, gleich mal mitplündern hier So, ja, gleich mal mitplündern hier Können wir da? Was ist denn da, König, hier, das Tierchen? Da war ich doch. Wurde der mir eben nicht angezeigt? Egal. Und hier ist nicht da. So, was ist denn mit Bier? Keine reinkommen. Na gut. Wo wollen wir unser Einhorn? Na, da würde ich gar nicht. Runter mit dir. Ne, mach mal kurz mit. Und Rätsel finden, ach Gottchen. Okay, nicht scannbar. Manchmal kann ich ja von der anderen Seite aus scannen. Okay, wäre ich direkt ins Gespräch gezogen. Ich suche nach einer Frau namens Pyra. Ich habe ein Hilfe-Gesuch von euch erhalten. Daneben. Willst du spionieren? Athenerin? Vielleicht bist du auch Athena persönlich. In einer schmutzigen Verkleidung. Ich bin kein Schöner, ihr seid keine Rebellion, sondern ein Haufen Betrunkener. Ich bin eine... Ja, ich bin eine Göttin. Älst du es für klug, erst ein Messer zu werfen und dann Fragen zu stellen? Hodakis und seine Männer haben uns gnadenlos gejagt und brutal ermordet. Hat immerhin gezogen. Haben wir so einen kleinen Rückblick hier. Und dann war es auch schon wieder fast mit der Folge. Meine Güte, komm, gucken wir uns hier auf jeden Fall noch an. Hoffentlich einen positiven Ausgang auch noch das Gespräch ist natürlich. Wollen wir auch noch mitnehmen. Boah, ich liebe das ja, wenn das hier so ewig und drei Tage braucht. Seine Spione sind überall. Er wird nicht ruhen, bis alle seine Gegner tot sind. Wir sind alles, was vom Widerstand übrig ist. Das ist die erste Nacht, in der wir nicht um unser Überleben kämpfen. Und es könnte die letzte sein. Und plötzlich hast du... Deswegen bin ich hier. Das ist dein Zeichen, oder? Du bist die Söldnerin mit dem Adler des Zeus. Bitte verzeih mir. Es sind gefährliche Zeiten für alle, die Krieg gegen das Athena-Imperium und... Ich kam um... Deshalb hat sich unsere Rebellion nicht nur an die mächtige Kassandra gewandt, sondern auch... Sagte da jemand Sparta? Ach, du liebst! Liebling. Und deine Männer? Die leben auch noch. Dank dir. Ihr kennt euch. Gut. Wie lange, bis Podarkus uns findet. Wir sind direkt vor seiner Nase. Er trägt seine Nase so hoch, er würde die Statue der Artemis Akrotera nicht finden, wenn er auf ihr stehen würde. Wir wissen, wo er lebt. Ich sage, wir treten... Das ist ein lausiger Plan. Die spartanische Phalanx ist... Nicht, wenn ihr nur zwölf Mann seid. Du denkst mit deinem Herzen. Das mag ich so an dir. Aber du bist jetzt der Befehlshaber dieser Männer. Du musst mit dem... Ihr versteckt euch nur in Höhlen und... Langweilig. Ich... Kira hat recht. Wir müssen strategisch vorgehen. Der hat recht. Wir sollten angreifen. So. Mir gefällt... Aber wir haben nicht genug Schwerter für einen offenen Angriff. Was schlägst du vor? Als ich eintraf, sah ich spartanische Schiffe. Können wir ihnen eine... Nicht so lange die Athena die... Wir brauchen sie als Verstärkung. Ich holte euch beide her, um der Rebellion zu helfen. Nicht um noch mehr Menschen... Kira, warte. Während ihr eure Schwertlängen vergleicht... Ach, sie ist streitlustig. Ich gehe ins Lager zu meinen Männern. Triff mich dort. Chiere. Och. Das wird eine lange Rebellion werden. Du warte, machen wir ja hier nicht. Okay. Haben wir das hier durch. Ist ja ganz praktisch. Irgendwo ist hier ein Missionsziel. Ob wir das finden. Sehen und tun. Sieht aber nicht danach aus. Was geblinkt da oben. Nur ein Stein. Den wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich noch das Ding holen. Nein. Doch da. So, was. Da oben, da oben, da oben. So, damit haben wir nämlich auch die Quest. Haben das hier durch. Und machen jetzt hier aber Feierabend. Ich bedanke mich ganz herzlich für das fleißige Zusehen. Hoffen natürlich, ihr hattet euren Spaß. Und dass wir die nächste Folge wieder einschalten. Dann gucken wir mal, wie wir das hier mit dem Krieg machen. Der hier ansteht. Also wir sollen auf jeden Fall, da haben wir noch eine Quest. Und uns mit dem Types-Onko treffen. Da mein Tier, ein Alphatier erledigen. Ja, haben wir nicht geschafft, als ich da war. Da ist das Lager. Irgendwie kriegen wir das hin. Ich sag danke und tschüss.